Hier oben. Ja. Ich und Hanni gehen rechts rum. Tog, du gehst nach links Richtung Polizei, behältst das so ein bisschen im Auge, muss nicht allzu aggressiv sein, nutzt Deckung aus. Zombie. Bei mir direkt. Scheiße, der haut mich. Ja, die wissen, wo wir sind. Du blutest. Ja, ich muss mich nach hinten verschieben. Kein Problem. Schieß leider auf mich. Ja, schieße. Schießen auf mich. Ich habe keine Aufklärung gerade. Ich muss sie weg. Ich auch nicht. Ich muss kurz nach hinten, ich muss mich verbinden, das geht nicht anders. Die Schüsse kommen von... Von wo kommen die? Alter. Von wo kommen die? Keine Ahnung. Aber wir müssen weg hier. Ganz ruhig. Alle noch da? Ich verschiebe mich gerade nach hinten in den Wald. Ja, ich gehe auch nach hinten. Ich glaube, das sind die Bäume. Okay. Wo Treffpunkt? Circa 200 nördlich. Aufgeschätzt. Oh, ich bin am Anfang der Lichtung jetzt hier. Am Anfang vom Wald. Ich bin da auch hinten. Okay, dann ist gut, dann treffen wir uns da. Ich bin beim Bahnhof hinten in einem kleinen Kabuff und habe mich da verbunden eben schnell. Okay, der bleibt da erstmal und stelle ich safe. Okay. Dann drohe ich da gleich raus. Da kommt auch einer. Ich komme jetzt links vom Waldraum. Danke, danke. Ich habe jetzt zum Glück. Da ist ein Zombie hinter mir. Halt den weg. Ja, aber wilden, äh, ballern will ihn nicht. Ich glaube, die kommen mal gleich hinterher. Das soll sie machen. Soll ich halt ganz schön. Safe. Okay, du bist jetzt beim Bahnhof drinne, ne? Ich nehme die Axt raus. Nein, nicht drinne. Ich bin da hinten. Links, da rennt was. Das ist ein Spieler. Newbie. Rent auf den Bahnschienen. Okay, nicht beschießen. Wenn er dich nicht bedroht, nicht beschießen. Ja, rennt halt in meine Richtung. Nicht, dass es wieder ein Vorläufer ist, ne? Ja, okay. Wenn er dir zu nahe kommt, dann hau ihn weg. Ich habe das Bahnhofsgebäude im Visier. Ja, das dunkle, ne? Hinter dem Bahnhofsgebäude ist noch ein kleines und da ist eine Baracke und da bin ich dran. Wir warten schon wieder zu lange. Ach, sehr interessant. Ich sehe ein. Ja, Newbie ist das. Gut, warte mal. Ich verschiebe mich mal ein bisschen außerhalb hier. Versuche gleich ein bisschen zu beobachten. Äh, Tug, wir laufen rüber zur Lagerhalle am besten, oder? Hm, ich mache einen Runner. Ach, weg. Lauf, Junge, lauf. Hier, ihr seid jetzt beide Richtung Lagerhalle, ne? Ich bin jetzt doch auf dem Werk. Der Newbie. Was denn? Ja, der rennt um mich rum. Hau ihn weg mit der Pistole. Wir sind drüben bei der Container. Ja, der konnte die Pistole nicht rausholen. Irgendwie habe ich Lust, drüber zu gehen. Ja, warte, wir sammeln erstmal kurz bei der Lagerhalle und dann gehen wir noch schütteln. Ich habe ihn abgeknallt. Okay. Nice. Ich muss mich wieder verschieben. Die wissen jetzt, wo ich bin. Da rennt noch einer. Direkt beim Bahnhof. Warte, 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 warte. Wir sammeln uns erstmal. Das sind wir, Maas. Einfach gerade an der Schiebe. Oh ja, ich sehe euch. Alles gut. Okay, ich bin hinter euch, beiden. Hey, da vorne läuft noch einer rum. Was ist denn, sagen wir? Jo, alle vier wieder da. Ich nehme wieder die Maas hin. Das ist eine ganz blöde Position hier. Ja, ich weiß. Wenn die aus den... ...weilen Schiezen... Wir gehen jetzt hinter die Mauer. Komm, wir springen mit Ritry über die Schienen, Richtung Osten, über die Mauer, halt in das Hafengebiet rein. Damit wir da in eine bessere Position kommen. Erstmal rüber springen, so schnell wie möglich. Okay, hier scheint es safe zu sein. Ja, hier gefällt es immer mehr. Du bist neben mir, ne? Ja. Gut. Natürlich Waffe in Vorhalte. Gunshot 6 Uhr. Du bist 12 bis 3 Uhr... Ne, 12 bis 9 Uhr. Ich bin dann 12 bis 3. Und... Honey, du verschiebst dich so der... ...so entsprechend, wie du es gerade für richtig hältst. Aber schieß uns bitte nicht. Trotzdem, Dickauflager. Okay, ich beobachte gerade Richtung Kirche. Achtet bitte drauf, wegen der Mauer. Man kann, auch wenn man relativ weit davon weg steht, euch trotzdem sehen, ne? Ja, der Abschnitt, den ich anhabe, das ist... Ja, nicht verschieben, bitte. Achso, du stehst hier. Okay, alles klar. Vorsicht, ich bin jetzt gerade hier... ...über den Dings drüber. Ich gucke gerade Richtung Hill, ob ich da irgendwas sehe. Also gerade... Ah, die haben die Polizeistation natürlich... Ich hole die Axt raus, gerade. Nein. Das ist so zum... ...kacken, Alter. Ganz ruhig. Ja, ganz ruhig. Ist halb so wild. Wo seid ihr beiden? Also, Tup habe ich bei mir. Wir sind noch hinter euch. Dann kommt mal zu mir. Braucht mal auf jeden Fall Gunshot der Richtung Polizei über Station überwacht. Ähm... Und... ...Hanni, dich hätte ich auch gerne bei mir. Ich überspringe jetzt hier den Durchgang. So, ich bin jetzt drüben. Achso, das ist ein Zombie-Fuck. Ich dachte gerade... Hä, wieso sind wir auf einmal fünf, Yubi? Achso, das ist ein Yubi. Ich dachte, das wäre ein Zombie gewesen. Ich denke, was ist so verkehrt? Wir laufen, genau so. Wollen wir nicht... Ne, der ist frisch. Lassen wir den mal leben, was? Er läuft zu seinen gleichen Schlüssen. Ja, ich... Da rennst du schnell zickzack. Ich weiß nicht, ob das... Könnte genauso der sein, der mich halt gerade behaken wollte, da hinten. Ich habe so das Gefühl... Daher kommt jetzt aber ein Zombie. Ähm... Ich habe halt so das Gefühl... Ich bin da an der Mauer dran. Ich ejakte mal kurz die Muni. Okay, wir haben Zeit, ne? Also nichts Unüberlegtes tun. Oben in der Polizeistation ist auch keiner drinne. Ich überlege, ob ich auf den Tower gehe. Also auf den... Ne, das ist... Das ist zu offensichtlich gerade. Okay. Wir gehen hier erstmal die Wand entlang und dann suchen wir uns eine schöne Position, von der aus wir agieren können und wir von der aus wir dir, äh, dich in eine gute Position bringen können. Vergesst natürlich nicht weit genug Abstand zu der Mauer zu haben, weil natürlich durch die Bodenplatten unten, die fehlen, man uns auch aufklären kann. Aber ich glaube nicht, dass der Nubi gerade zu seiner Leiche rennen wollte, weil hier vorne ist kein Spawnpunkt eigentlich. Außer die haben was geändert, was ich nicht weiß. Doch, du kannst hier direkt, äh, so spawnen, dass du direkt die Kirche im Blick hast. Ich weiß jetzt nicht genau, wo er rumgekraxelt ist. Auf jeden Fall ist das möglich. B3 Spieler, wir haben die mindestens verletzt, also... Hat einer von euch getroffen, ja? Also ich bin sicher, dass ich mal getroffen habe. Ich hab nicht einmal getroffen, ich hab voll... Da, rennt der Nubi. An der Mauer. Ja, ja. Und jetzt kommt ein Zombie zu uns. Wo denn? Wo rennt der Nubi? Ich hol die Axt raus. An der hinteren Mauer da an der Straße direkt. Sag, gib mal einfach Uhrzeiten entweder, äh... Oder Uhrzeiten sag ich schon. Gib mal einfach hier Himmelsrichtung. Äh, Himmelsrichtung? Richtung, äh, Westen. Richtung Westen an der Mauer an der Straße. Huch. Okay. Dann lass ihn erstmal. Wenn er uns nicht aufklärt, sobald er eine Bedrohung darstellt, dann haut ihn weg. Okay. Aber weißt du was? Wir bleiben aber dran, ne? So. Wir suchen erstmal eine nette Position, wo wir dich hochbringen können. Klar. Tup, du kommst bitte mit mir. Die anderen beiden folgen denn mit 20 Meter Abstand. Also mindestens 20, ihr könnt da auch variieren oder so. Aber halt, dass wir dann nicht alle auf einem Haufen sind. Wir gehen erst rechts um das Fabrikgebäude rum. Zombie kommt. Ja. Du nimm bitte deine Achse für. Ta, da. suspense. 10. 13. 13. 12. 14. 15. 16. 16. 16. 17. 20. 16. ein scheiß zombie ja warte du kannst hier gleich hochgehen ich will bloß ein bisschen was safen Entschuldigung ob man ein zombie honey du guckst bitte Richtung Norden durch den Eingang da vorne hier vorne liegt eine Leiche wir haben ihn doch getroffen ane das war wahrscheinlich ganz schön der ihn weggemacht hat ich verspringe mal eben kurz der lief hier das war wer anders ja das war nicht ich ich glaube der hat selbst noch begangen der ist hier bestimmt oben runter gesprungen bestimmt ich hole die Hachs aus jo nice thanks honey du kannst hochgehen ich gehe von hinten hoch ja ok feuer wo von wo kam das ich habe nichts gehabt da hat wahrscheinlich einer auf eine hört er sich an wie ein revolver also wie eine magnum oder sowas wahrscheinlich auf dem zombie oder so wer hat alles vorher nicht geschossen ich du hast nicht geschossen und dennoch nicht geschossen gar nichts ok honey du auch nicht ne nein also können sie maximal von zwei spielern ausgehen so und wir kommen zu euch laufen honey du hast keine Achse ne warte dann lauf irgendwo nach rechts oder so wie dann leg ihn um ist halt so mein gott wissen ja immer noch nicht wie viele spiele wir sind vorteil möchte ich mir auch ganz gerne behalten ok dann schaut wie weit bist du also ich bin oben ich habe mich auch nicht auf das komplett obere gelegt sondern auf das etwas abgesenkt da habe ich immerhin ja ja klar das ist das das ist ähm hinter dem da geht's ja ok ist down ok du guckst jetzt Richtung westen Richtung kleine kirche ja genau gut ich habe ein paar ober ich überprüfe mal kurz wie viele ok ich habe noch 33 überprüft kurz ob ihr noch genug Schuss im Magazin habt wieder ein Bambi herloch also jetzt sehe ich ihn grad nicht aber er ist hinter dem Haus ist das wieder ein schwarzer der andere war auch schwarz ne ich glaube das ist ein weißer ok dann war das wahrscheinlich nicht der gleiche wie eben wenn er direkt irgendwo auf uns zukommen soll dann halt ihn mal an versuch ihn mal zu fragen und dann nochmal dass er für uns scoutet weißt du wer schießt da ich höre nichts ich habe es nicht gehört M4 Moonschüsse definitiv nein das ist Mosin oder SKS meine ich doch Entschuldigung aber ich weiß nicht von wo das kam Polizei station vielleicht ja ich kann leider nicht auf die scheiß fucking polizeistation gucken weil er fucking ja Reacts take it easy jetzt Ruhe jetzt ähm TOOP Richtung Süden beobachten also hier bei den beiden kleinen äh Containern die hier groß sind so Containern hier ähm da wo das ach du weißt was ich meine so auch Richtung Süden erstmal ich und Hanni Hanni zur Tür hier vorne zum Durchgang wir beobachten jetzt erstmal Richtung Westen so wir werden alle sterben ach halt die Backen ok Hanni hm was denn aufstehen wir überspringen jetzt die Freifläche hier vorne siehst du die drei ähm Benzinfässer da Fässer mein Gott hier Gas bla 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 meine Fresse ich habe es heute mit meiner Wortfindungsschwäche und zwar wir überspringen jetzt die Straße Richtung 100 in Richtung Westen da hinten an die Mauer siehst du die ne? ja aber folgt mir einfach so wir überspringen jetzt Alter wenn die das Fass anschießen gehen wir drauf ach das ist nicht das glaube ich nicht dass das hier drauf geht du kannst die Tankstelle kaputt machen ja aber nicht alles so wenn ich jetzt dieses äh imaginäre Hindernis überwunden habe dann können wir weiter gehen ok warte kurz sorry wir nehmen erstmal Sicherung ein erkannt ich schieße ok down ist er und zwe du überspringst jetzt hier hier einer achso das bist du hm Lampe steht direkt vor mir ah es ist natürlich Pisse dass ich jetzt keine Axt habe Gunshot du warst natürlich in unsere Richtung ja ich geh jetzt auf das höhere Haus ja gut dann sag wenn du bitte nach oben gehst wer war das? ich seh euch ok wenn du in Position bist dann melde das kurz und dann können wir weitermachen es läutet mein Handy ich mich erschreckt hab ich werd mal kurz nach hier ja ich lege meinen Rucksack gleich mal kurz nach ok das ist gut das ist genau richtig wir haben erstmal Verteidigungsposition ja den Zauber leckt gerade Jani bist du jetzt soweit? ja gut bist soweit ok nächstes Sprungziel wird sein also Sprungziel in dem Sinne dass wir da nicht hirnlos rinspringen sondern dass wir da gedeckt natürlich vorwärts marschieren also halt äh äh nicht hirnlos sondern halt ein bisschen aufpassen Polizeistation ich gehe vor hinter mir ist dann ähm Tup und dann ganz hinten Hani Hani du beobachtest auch ein bisschen nach hinten ich werde nach vorne und dann halt links und rechts und dann können wir jetzt starten ja ist am grünen Haus hast du die obere Etage der Polizeistation im Auge gunshot? ich hab bis jetzt keine Bewegung derzeit ohne ne? ja auch ganz oben keiner in dem Turm ok dann überspringen wir jetzt die Straße gleich über den Zaun rüber ok sehr schön funktioniert auch einwandfrei ok ok wer habe ich vor mir du hast Hani ist vor mir Tup du bist jetzt genau hinter mir Tup du gehst rechts ums Gebäude rum wir beide gehen links rum jetzt beiden scheiß Zombies die da hinten standen sind ja immer noch ok hier ist nichts ok von wo kam das? keine Ahnung ich kann es dir leider nicht sagen das war ein Mosenschuss ja aber schön weit weg ganz schön weit weg bei mir war das ganz schön nah ich mein der Schütze ist weit weg war ruhig ok jetzt höre ich auch keine Schüsse mehr ich sag der ist oben auf der Wiese meinst du? ich steck mal kurz die Waffe weg und lauf ein bisschen mehr rum nein stopp stopp oh mach was der ist oben auf dem Dach welches Dach welches Dach auf dem grauen Dach zwei Mann gib mir ne Himmelsrichtung äh ja was weiß ich keine Ahnung wessen ist das bei der Kirche komm 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 zu mir ja ich seh sie ich seh sie ach so hoch aus hoch aus zwei Stück mindestens ok 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 dann werden das die wahrscheinlich sein einer würde ich da schritte ich weiß nicht was ich treffe oh ich höre hier auch M4 Schüsse ja das bin ich ok ich rieb weiter vor auf was für ein Gebäude sind so ach wo ist denn das Loch dahin Vorsicht da wenns nur zwei oben auf dem Dach sind dann wird einer noch unten sichern die können mich hier abknallen ne ja du musst überlegen ob du dich dann dich verschiebst oder nicht ich bin an der Kirche dran ich verschieb mich in welcher Mausinn sind drin im ersten die direkt auf dem Dach ja ne ja ja die hängen da rum die versuchen euch von oben halt abzuknallen ich geh halt ein Stück runter damit ich hier noch links die Entdeckung habe ich müsste die aber trotzdem gleich noch sehen können ich folge dir mal von hinten ich bin im Eingang ich verschüsse wieder ich bin's ok ich bin im Eingang ich hab meine Einschüsse halt schon wieder nicht gesehen das ist halt wirklich kein Problem ok seht ihr mich im Haus? im Haus? warte warte ja ich seh dich nicht auf jeden Fall gerade Honey wenn du hier siehst dann meld dich das ich bin vorm Haus direkt nach der Kirche Berlin überspringen zur Kirche ich seh ihn auch nicht doch ne doch nach vorne herum wie ein Drottel ja ich seh dich ja das Problem ist ich glaub die sind in beiden drin meinst du? ja ich hab einen hinten gesehen und einen vorne direkt vorne ich brauch halt wenn ich da hoch geh Deckung alleine ist das ein bisschen great das Dach komm ich sonst so nicht über die Leiter ok in welchen willst du denn reingehen? na hier gleich ja hier gleich welches ist denn das? es ist das Richtung also die stehen ja nicht ganz nebeneinander die stehen ja voreinander näher zur Kirche ok warte dann verschiebe ich mich jetzt damit ich den Eingangsbereich halt da auch abdecken kann ja ich glaub die lösung sich aus ja das wissen wir ja nicht komm zu dir rüber tu bist du schon in irgendein Stockwerk drinne? ne ich bin jetzt rein ja du gehst gerade ins Erdgeschoss rein richtig? ja ok ich seh dich ich folge dir ich habe derzeit keine Aufklärung oben es ist halt extrem gefährlich da hoch zu gehen ja vor allem alleine ne haben wir gesehen ok sei zu zweit ok warte dann verschiebe ich mich jetzt noch ein Stück ach du bewegst dich da ne? auf dem Dach direkt auf dem Dach nicht ist jemand von euch auf dem Hochhaus Dach? nein ok alles klar dann seh ich da jemanden der kriecht der croucht hellgrüner Rucksack blick ihn um ja ich hab gerade mal geguckt wie viel wir da sein müssen ungefähr 200 bloß dann bin ich zu hoch die ganze Zeit ich kann ihn jetzt halt nicht mehr sehen ist ja nicht das Problem hauptsache du ne? ernst draus ist das das vordere Teil oder das hintere? das warte wir befinden uns das vordere fuck also das vordere wenn du Entfernung von Süden nach Norden nimmst von Osten von Osten nach Westen ach von Osten nach Westen dann ist es das dann ist es das hintere das ist etwas weiter weg die stehen ja versetzt ne? ok dann seid ihr entweder im falschen Gebäude oder das ist egal wir mit dem Spal können wir auch aufs Dach gehen können ja ja klar dann guck ich erstmal in das hintere rein shit lol tot? ja ja m4 ja wo war's denn grad ja ok ich seh ihn ich seh ihn warte pass auf er rennt da immer quer zwischen der also bei der Treppe oben er ist einen Stock weg über dir ja ich hab ihn gesehen gerade und lass ihn nicht zu meiner Leiche kommen wenns geht ich komm gleich wieder und rasch holt hoch ich weiß wo er ist alt hab ich mich verjagt er hat's halt perfekt gemacht er hat gewartet und bevor ich oben war ist er rausgekommen und hat mich abgeschossen ja der hat um die Ecke geguckt der Penner der konnte ich nicht gegen reagieren leider Gunshot du weißt wo die beiden reingegangen sind weil ich glaube durch die Fenster dürftest du kaum oder keine Aufklärung haben ich kann nichts sehen ich habe ok warte von wo kam scheiße ich bin beine gebrochen ich bin tot ist mir eine Leiche zurückgefallen ist das innen Gebäude drin? da oben aus dem Gebäude wurde ich nicht rausbeschlossen irgendwo rennt da unten eine rum ich glaube ich habe ihn getroffen oder er hat sich hingelegt einer oben auf dem Dach irgendwo wird auch einer bei mir unten sein also da wo ich stand ich stand ungefähr 100 bis 150 nördlich des ähm der Gebäude wo die drin sind irgendwo rennt da unten auch noch einer rum ah nee deckst du meine Leiche? ich gucke hier auf jeden Fall auf deine Leiche raus Waffe und alles ist noch da ich mach kurz einen Probeschuss ja 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 200 200 Meter geht ich nehme haus ich sage mal 300 das müsste eher hinkommen ich habe ein bisschen tief geschossen ich bin ja sowieso tot da könnte er mich eh nicht zurückholen ach du bist da auch gestaut? ja ja ich bin auch tot irgendwer hat mich draußen erschossen also Matthias pass auf hm wer hat dich draußen erschossen? von wo draußen? also ich stand ähm 100 bis 150 nördlich des ähm Gebäudes wo die beiden drin sind hinter so einem kleinen grünen Gebäude und das Problem war ganz einfach bevor ich wegrennen konnte ich habe er hat auf mich geschossen kurz grau geworden und da hat er mir allerdings schon die Beine gebrochen deswegen hat er sich hingelegt und dann war ich tot geht es ich bin gar nicht so weit weg dann versuche ich deine Leiche zu schnappen ja mach das nimm dir meine Leiche und dann kann ich ja wieder hochrushen genau aber pass auf da wird wahrscheinlich irgendwer im Umfeld noch sein ja ist mir egal aber ich ich rasche einfach hin ich hab nichts zu verlieren außer dass ich vielleicht 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 wo spawnst du? also ich bin jetzt ähm gar nicht so weit weg ich bin jetzt sagen wir mal bisschen südöstlich vom kran denn jetzt gerade Lambermüll rein also es dauert nicht mehr allzu lange ach du bist du eh vorher da was sagst du? du bist du eh vorher da ich war halt unten bei den Silos vor Perenzino ja ich war ein Stück nördlich von den Silos mein body feels wet steht auch nicht mehr auf ich kann auch nach unten hin leider direkt bei den hohen Personen nichts sehen weil ich den Turm vor der Fresse habe kein Problem such dir ne Wechselstellung wenn du kannst das Hany ist ja noch am Leben ich hab ja gerade ich hab eben grad vom Hauptdorf wieder zum Unter auf wen schießen die da? weiß ich nicht vielleicht ein äh Bambi oder sowas da oben ist es ist es ist es vielleicht ist er ein dritter eine dritte Bedeutung die stehen wieder die stehen wieder die stehen wieder oh die haben gestanden kacke ich hab nicht gedacht dass die von da oben mit der SKS schießen ganz ruhig keep going mein Gott du wirst deine Zeit schon kriegen so ich habe Perenzino erreicht ah ja dann bist du doch vor mir dann ähm wir legen sich immer noch auf dem Dach ich bin halt am Anfang bei der Lager wieder ja ganz so weit wie doch nicht ein Pierschützer hockt immer noch im Treppenhaus ja ist egal der wird sich auch nicht fortbewegen der wird die Sniper beschützen wenn ich weiß dass er da oben schießt äh steht dann treffe ich ihn eh auch aber nein hast du das Treppenhaus im Blick äh Hany? mhm die ganze Zeit schon ja ja dann ist er im rechten Raum drin ja ich habe ihn nämlich noch gesehen wie er auf dich geschossen hat und dann halt äh rechts rüber gelaufen ist also von der richtig gut gemacht im vorbeilaufen vom Boden gesprayt ja gut das ist keine Kunst die singen gerade und was singen die? ich hab keine Ahnung aber er hat ein Ja gesagt er bewegt sich wieder auf dem Dach nicht zurück singen oder irgendwas anderes machen nö nö ich halt schon meine Schnauze die werden neben auf die Wände schauen ist doch Standort mit Leiden ah gut das kann man aber nicht überall und ähm nö wie man kann durch die Wände nach unten gucken nein nicht bei denen glaube ich ich hab von dem Bug auf jeden Fall noch nichts gehört also die crouchen immer noch auf dem Dach ganz hinten rum also von mir aus gesehen ganz ruhig ganz was schlimm ich bin ruhig ich will bloß dass der aufsteht und hallosa ich will meine Rache hallo hallo don't shoot me please hallo I have no time my friends da repeat this please I have not understand jetzt liegen sie wieder sorry I am not understand you I am team speak and my friends speak only times only times ehm scheiss zähl zähl hochzart 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 ach du bist so bescheuert ich weiß haha ok my friends ichег icheg um da Und um Have a good day und um Bye Mein Gott Don't cheat me please Bye bye Alter wie die nerven Kreis zombies Die haben mich jetzt aufgeklärt Die wissen jetzt wo ich bin Der eine hat sich grad zu verlagert Um mich abzuknallen Okay warte mal ich frag die mal kurz ob die helven wollen Hallo please wait my friends Hey I am I have a question You understand me I have a question You need action Auf den überall Three players He hat mich getroffen ich bin unconscious Lumbermill Ich bin auf dem Dach unconscious Sehr hoch aus Das heißt hoch auf englisch High building keine ahnung 200 meters West From little church Two players Snipers Campsort Und killed Bambis My English is sucks I know that I am sorry Ich bin unconscious Immer noch hier oben Ich kann halt nicht hoch gehen Ich kann halt nicht hoch gehen Die schießen mich sofort ab Ich muss halt versuchen die Ähm Okay Ähm 100 meters East North side From ähm Was heißt Tankstelle Fuel stop Fuel stop 100 meters North from fuel stop Au 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 Ich hab ihn Gesehen Den M4 Schützen Er ist runter gekommen Ein Stück Man sieht den Schalldämpfer Durch die Köpfe Ich lebe wieder Okay Jetzt komm bei Ich lebe wieder Ich lebe wieder Ich schau nach seiner Ähm M4 Okay ich bin auf jeden Fall Erstmal von den Idioten da weg Die haben die Hausten sich Bisschen fickrig gemacht Mal gucken Ich gucke jetzt nach Deiner M4 Du sagst du bist bei den Grün-Gelben Haus gewesen Ähm Ich weiß nicht ob das Grün-Gelb war Ich glaub das war eher rot Das war das Haus Ich glaub Vor den Hochhäusern Ich weiß es nicht Ich frage jetzt Sollte ich da rausstürmen jetzt Und ihn abknallen Ähm Ich bin eh unten jetzt Ich schaue nur Ich kann den halt ablenken Für dich Ich gehe Das wäre super Ich suche Weil er lootet dich jetzt Wahrscheinlich gerade Ja Achso warum schießt du denn Nicht dafür Ja weil ich noch Hinten im Raum bin Und weil ich Wenn ich gegen Geländer schieße Ich ihn nicht treffen kann Aber ich sehe halt seine M4 jetzt Schöße Na jetzt ist sie weg Entweder geht er jetzt wieder hoch Oder Und ich Ist zum Kotzen Genau Ja Ich bin hinter dir im Raum drin Er hat zwei Schüsse gebraucht Um genau treffen zu können Das ist so nervig Ja gut Vielleicht hat er ein bisschen mehr Übung Das kann ja meinetwegen sein Ähm Tube hast du meine Leiche gelootet? Ne ich habe deine Leiche nicht gefunden Okay dann ähm Kannst du mich decken? Die schießen wieder Ja Also ich brauche noch ein bisschen bis ich da bin Ah ne Honey kannst du Tube decken? Ja Gut Na die beobachten möchte die Kneipp hier umreben Dann Ich kann nicht hier nicht weg Ja kein Problem Dann verhalte dich ruhig Ich liege hier doof hinter dem Turm Weil sie mich da nicht abschießen können Jetzt versucht er sich zu verschieben Auf dem Hochhaus Bleibt er Ich versuche ich gehe jetzt an meine M4 Ich versuche vielleicht ob ich da noch ein bisschen was rauskriege Das Magazin müsste ja noch in Ordnung sein Hoffe ich doch Vielleicht stimmt doch irgendwas noch von meinem Köp Und dann überlege ich mir was anderes Ich habe Ich habe Ich glaube ich Der hat nicht den Rucksack genommen Der hat es nicht bemerkt Der hat Er hat es nicht bemerkt Alter Wie kann man das nicht bemerken? Ist das geil Ey mein Herz rast Das ist ein Wahnsinn Schau ich Ich habe heute kein Magazin für die empfehlen Hat das rausgenommen? Ja sie hätte den Ja er fuckt Er hört es natürlich auch wenn du jetzt nachlädst ne Ich habe kein Magazin Ich kann gar nicht lang Ja aber ich meine wenn ich da eins geben würde 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 es hören Blöde ist wenn die Tommys jetzt auch noch fickrig werden So nach dem Motto und dann in die Richtung gehen Dann haben wir ein Problem Dann wären wir nämlich von zwei Seiten eingekesselt Also ich bin jetzt ähm bei der Tankstelle Rennen jetzt ähm Die können dich von daraus abschießen Ich Ja er bewegt sich Er bewegt sich Hier bis jetzt kein Zwei rennen da gerade auf äh auf die Schiene Hey ho Ich werde angesprochen What did you say? Achso du bist Ja alles klar Hä? Ja pass auf die sind auf den Hochhäusern da oben Also behalte ich lieber hier hinter dem Gebäude Ich muss mal eben kurz meinen Loot holen Vorsicht das ist ein Zombie Lauf mal lieber ein Stück Ich muss mal gucken Ja Peter war gerade ein Bambi Wir wurden wahrscheinlich auch von dem abgeknallt Also Er wurde von der abgeknallt Nicht die irgendwo rumhauen Wen waren das Hm? Magazin Backe Okay meine Leiche liegt noch hier Scheiße Habe ich ihn gelegt Zwei ersten Meter Was habt ihr gemacht? Wir haben gar nichts gemacht Das war das Alles klar du bist down oder? Bist du unmächtig Hier ist unten noch einer Gut man hört dich Ja der hat meine Leiche versteckt Doi Na ich komm an meine Waffe nicht mal ran Fickste alter Ich wusste Reloan Guck mal ob ich ihn gleich Ohnmächtig hauen kann Ne lass das erstmal Wenn er Wenn er hier vorbeikommt Dann kann ich ihn immer noch abknallen Wo bist du denn? Ich hab ein schwarzes Shirt Ich bin ein weißer Kerl in schwarz gekleidet Gucken ob ich ihn ohnmächtig hauen kann So'n Hurensohn So'n Hurensohn Weiß nicht wo der ist keine Ahnung Der war direkt irgendwo Das war die Das war die So hat dich wie anders geschossen Ja hier unten ist noch irgendwo einer Ja hier unten ist noch irgendwo einer Einer bewegt sich halt immer noch auf dem Dach Gleichzeitig geschossen Ich weiß nicht welche fucking Entfernung das ist man Kein Problem Kein Problem Ja das ist Flex hier geht easy Da ich ja an meinen Loot eh nicht rankomme Versuche ich mir den Typen zu kaufen der mich gerade erschießen wollte und mein Kumpel die erschossen hat So jetzt hat er nachgeladen oder was? Ich hab nichts gehört Naja Da unten rennt einer vorm Haus die ganze Zeit auf Ich Ich das bin ich Ich such grad den Typen Ich muss unbedingt was essen und was trinken wir müssen halt bald das machen Ich hab nichts nämlich Daneben Der hat gesessen Ist tot? Ne ich bin ich lebe noch Aber der muss irgendwo sein Ich zeige aus was ihn geschossen man Na super Jetzt wissen sie dass ich noch lebe Haha Fuck Nein Na denn alter Lad nach Lad nach Tug So ein Wichser Ich komm ins Gebäude rein Jo Ich bin aber noch im ersten Stock also im Erdgeschoss und dann werde ich mich da erstmal Ach ja ich hab ja gar nicht zu verbinden So ne Scheiße Du könntest den Typen ablenken Sein T-Shirt Ja mach ich Einfach hochlaufen Du siehst die Fontäne schon durch die durch den Boden Ja Ich weiß ja wo er drauf gegangen ist Dann dran vorbei und dann in äh Ja ein bisschen eh unten Ich hab auch neben 4 mit 60 Schuss Probieren wir es einfach Der wird weggerotzt jetzt Ja Der ist genau über uns Seid ihr irgendwo Ihr müsstet mich ja gleich sehen oder? Ja jetzt sehen wir dich Du musst noch eins hoch Okay Dann kannst du gleich mal sagen wo der Typ ist Ich renne jetzt in das Scheiße Daneben Du blödes Arschloch Lach nicht so wie ein Behinderter du Stück Scheiße Ich höre mindestens zwei bis drei Leute Das finde ich sehr nice Dass ihr alle so wunderschön hier rumsappelt Dann weiß nicht ganz genau wie viele ihr seid Ihr blöden behinderten Kack Arschlöcher Ja komm doch runter Traust du dich nicht ein Bambi zu killen oder was? Oder was? Hä? Da hast du dafür nicht die Eier Mal höfstblick bei uns Einer ist auf jeden Fall links von uns Der eine Re... Also der... Wenn du die Treppe hoch gehst Einer ist im rechten Gebäude Also im rechten Raum drinne Hock da Und... Mindestens die anderen beiden sind in Rufweichweite Also vielleicht... Oben auf dem Dach, ja Alter, die Blut ist immer noch wie ein Schwein Lass sie doch Irgendwann verreck ich schon Ja... Ich bin halt hungrig und Durstig und so Ich muss halt bald was machen Okay, wollen wir das jetzt so beruhen lassen oder was? Ich hätte doch am liebsten rein rushen, Alter Ja, ich auch Boah, ich bin mir so unsicher Nee, das kannst du vergessen Wahrscheinlich hat sich schon einer oder zwei zurückgezogen Wie wärs mit nem Handel? Los, sprecht mit mir Ich hab ein paar Infos für euch Und ich kann den Charakter, der da oben liegt Bisschen looten Also die Waffe habt ihr wahrscheinlich eh schon Ich brauch nur ein paar Klamotten Die Akustik ist ganz schlecht Ich versteh dich wirklich so gut wie Gornisch Ah ok, nicht sein Problem Oder was sagt er? Ja, ja, hat er gesagt Na gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß Und ich hoffe ihr verreckt alle an Ebola oder sowas Die schießen auf mich Die wissen immer noch wo ich bin Fuck Ja, hat keinen Sinn Ok, ähm Wollen wir rausgehen oder was? Fuck Dann sichern wir wenigstens, äh Die beiden Leute, die noch equipped sind Oder den einen, der equipped ist Ich geh jetzt nicht raus, ich muss ja auch weg Ok, lass mich mal kurz durch hier Stell dich safe hin, dass sie dich nicht sofort sehen können Naja, gut, ich hau auf jeden Fall jetzt ab Aber meine Leiche komme ich hier eh nicht mehr ran Weil irgendeiner von euch Spackos sie ja geheidet hat Ähm, auf jeden Fall sind auf jeden Fall vier Tommys auf dem Weg hierher Full equipped und ich wünsche euch noch viel Spaß Bis dann So, ich renne jetzt gleich über die Freifläche Und, äh, lenkt das Feuer auf mich Ich werde wahrscheinlich eh gleich krepieren Und wenn die Idioten rauskommen Auf jeden Fall dürft ihr keinen Laub mehr von euch geben Irgendwo hinstellen, wo, äh Euch kein Arsch wirklich dann halt sofort gefährlich Wie ihr die Feuerüberlegenheit habt Mhm Dann nehme ich abknallen, dann ist gut Dann weiß ich, dass sie vielleicht drauf eingefallen sind Und wenn die Truppe runterkommen, dann Bam, haut ihr sie weg Dann richtet ihr mal einen schönen Gruß aus Von Endzeit Ich komm nicht weg, Alter So ne Fackscheiße Komm, lauf, du Spacko, lauf! Komm, lauf, du Spacko, lauf! Nee Ich warte nur darauf, dass er hier um die Ecke guckt Ich hab das Gefühl, dass er bei mir eingeschlagen ist Wieder Kann sein, dass es vom Hoch raus kam Ja Fuck Das, wenn ich hoch schaue, ist er auf der rechten Seite, gell? Ja, einer ist auf jeden Fall auf der rechten Seite Und die anderen beiden, ich hab Ich glaube, ich hab drei Spieler gehört Einer ist zumindest, oder die anderen beiden sind in Rufreichweite Verdammt, Alter Hätten wir die Möglichkeit nur ins andere Haus reinzukommen Ach, gehen wir ja gehen Warum nicht gleich Ich bin, hast du Essen? Ich hoffe, dass sie mich gesehen haben, mich weggelaufen Na, gehen wir rüber ins andere Haus und versuchen uns von dort Platz zu machen Wenn wir uns jetzt verschieben, dann hören die uns, wenn wir runterlaufen, ne? Ja, natürlich Aber ich muss halt entweder rauf gehen oder rüber gehen Nein, ich muss halt irgendwas machen, ich bin hungrig und Durstig Ja, Waffen weg und runter spürten, oder was? Jetzt hat mich wieder irgendwas getroffen, Mann Ja, tischee, das kommt von oben wahrscheinlich Ja, jetzt bin ich tot Ich bin tot? Ich bin tot, ja Okay, ich sehe auf jeden Fall einen Spieler von denen Immer noch auf dem Dach, also es war immer der gleiche, der dich beschossen hat Einer kommt runter und schon Sowieso, den habe ich auch die ganze Zeit gesehen Ich sehe die Seine fucking Fresse habe ich die ganze Zeit gesehen mit seiner dreckigen Sonnenbrille Leute Okay, okay, Matthias, sei ruhig Mhm Ich glaube, der hat die Leiche nur versteckt Und er hat mich gesehen, kann auch sein Nein, der ist noch immer auf der Treppe Geht hoch, runter, hoch, runter Müsste die Leiche nicht irgendwann mal verschwinden, wenn sie geheilt wurde, oder was? Ich sehe verschiedene, die Okay, mein Leiche ist auf jeden Fall Gehided worden Ja, nee, willst du es probieren, oder nicht? Meinst du hochraschen? Nee, da habt ihr keine Chance, da geht ihr bloß weiter bei drauf und die holen sich darauf ein runter Das setzt hier aus, ganz einfach, aussitzen Er braucht was zu fressen hier Essen, trinken Habt ihr nichts mehr, oder was? Ich bin nur ein Bambi, eigentlich Das Problem ist, ich habe zwar eine Dose dabei, aber ich kriege sie nicht auf Ich habe nur Angst Ne, laufen wir halt davon und equipen uns und suchen halt wieder Action, so wird das nichts Okay, dann haut aus da, also haut ab da Ja, 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 das Problem ist, in welche Richtung sollen wir abhauen? Richtung Osten, Richtung Wasser erstmal Ja, ich steck die Waffe in und lauf Ja, ich steck die Waffe in und lauf Ja, ich steh dich Hallo? Hallo? Ich steh mich weiter Richtung Wasser Du gehst weiter Richtung Wasser? Hm Kann du mir helfen? Ich bin Bambi Und ich brauche Essen und eine Trink Alter Was ist deine Sprache? Hier ist kein Durchbruch verfickte Scheiße, ja Hanni, sag mal bitte ruhig Äh, repeat this Repeat this please I have not understand Ihr seid weg, ne? Ja, ja Ich bin im Wasser Wo bist du Hanni? Ich brauche was zum Scheißen Ich habe gerade dich noch gesehen Du bist gerade durch den Zaun geballert, oder? Ja, ja Ja Dass ich nur schnell den Durchbruch finde Wo wollen wir jetzt mit dem Team gehen? Keine Ahnung Oti, wo bist du gespawnt? Ich bin bei meiner Leiche Meine Leiche ist runtergefallen Kannst du sie looten? Ja, ich habe einen Zombie hier, aber Das ist das einzige Problem, glaube ich Mann, renn doch los, Junge Ich weiß nicht, ob ich sie looten kann Die liegt da ganz komisch verwinkelt Ja, könnte ich, rein theoretisch Der fucking Zombie nervt halt Hallo Nicht erschießen, bitte Ja, ich bin hier bei der Treppe Hallo Also ruhig mit mir reden Ich weiß, dass du meine Sprache sprichst Verstehe dich gerade nicht Muss man ein bisschen näher kommen Moin Moin, alles klar? Ja Könnt ihr gerne machen, aber bitte Schießt mich nicht einfach so grundlos Ich komm hoch Warte kurz Warte kurz Ab Was habt ihr davon, hier oben rum zu campen? Einen Moment bitte Warum brauchst du hier keine Gedanken mehr machen? Die sind alle weg Ne, wirklich Ich würde ja nicht hochkommen, wenn ich So Grütze erzählen wollte Boah, Joss von vorne eigentlich nur Ja klar, Alter Du weißt doch selber, dass die Standalone ohne PvP langweilig ist War einer von euch draußen? Handeln wäre sowieso mal ganz geil, aber das macht irgendwie ganz keiner Im Prinzip, wenn man es mal ganz realistisch betrachtet, ist Handeln die einzig realistische Möglichkeit Weil ganz ehrlich, wenn man jemanden umballert Dann ist das Equipped meistens eh für'n Arsch Habt ihr gar keinen mehr im ersten, also im Geschoss unter euch? Habt ihr gar keinen mehr im Geschoss unter euch? Ja warum bin ich denn so leicht hochgekommen? Haha, klar Ja, mein Freund, ich bin aber nicht ganz blind, also ich hätte die gesehen Ich glaube ganz gerne, dass einer noch unten ist, weil ich glaube nämlich, dass ich unten erschossen wurde Aber, ich kann das nicht hundertprozentig sagen Oh, wenn ich wüsste, wie das geht, ich bin das erste Mal gefesselt Seid ihr vom Clan oder so? So Ich brauche heute wieder was zum Essen und zum Trinken und so Ich durchsuche jetzt bei Hause Darf ich das sagen oder... Hier, der hat grad gefragt, ob du tot bist, Gunshot Ja, ich bin noch da, Moment Nein, ich... also ja, ich war tot aber der ist im arsch wie gesagt meine kumpel sind alle weg ich bloß hochgekommen war ich sowieso so gut wie im arsch war ich habe die ganze zeit geblutet bis eben dein equipt wenn du das meint ist runtergepackt und der hat wieder einfach mal nice to know glaubst du wirklich dass ich dir das sage habe ich ja nix von übrigens du hast einige oben weggeschnall bei dir liegt eine leiche oben ja ich hab's tatsächlich geschafft geil ich habe tatsächlich einen headshot verpasst als der eine typ dahinten war trotzdem macht das keinen spaß